Für den frischen Sub, herzlich willkommen. Ja, 35k-Pack. Dafür habe ich jetzt geölt, ne? Für das Pack. Romelu. Big Rom. Ist gut. 88er. Der ist bestimmt 20-30k-Red noch, oder? Hoffe ich. Das ist komplett gescriptet. 18... 15k? Der kostet ja einfach gar nichts. Danke, Jakob. Es ist nie Walker, ich weiß. Aber es ist noch Carlos Wähler dahinter. Immerhin...